Jo, hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu meinem neuen Vlog of Life wo ich mal wieder versuchen werde, einfach durch rauszuerzählen, was gerade neu ist und was bei mir auf dem Herzen liegt und was sowieso nicht klappen wird, da ich sowieso wieder tausendmal schneiden werde Jetzt kommt schon der erste Schnitt Jo, ich glaube vor genau einem Monat habe ich meinen ersten Vlog of Life gemacht und der sah ja weniger fröhlich aus, denn da war ich ja kurz davor mit YouTube aufzuhören und ich muss sagen, jetzt im Augenblick bin ich genau im Gegenteil ich habe so viel Spaß an YouTube wie noch nie zuvor An Klicks und Abos muss ich natürlich noch arbeiten, das schwankt gerade noch so ein bisschen aber das ist auch gerade unwichtig, denn ich bin gerade auf dem besten Weg, mein Hobby zum Beruf zu machen Worauf ich gerade eigentlich hinaus will, mein YouTube-Kanal AWP Master Jam sowie mein Zweitkanal Meister Marmelade sind jetzt Teil des Endemol Beyond Netzwerks Im Endeffekt, um meine Produktion zu steigern, wollte ich mit meinem YouTube-Kanal schon lange in ein Netzwerk es stellt sich immer nur die Frage, in welches du reingehst Mediakraft war für mich keine gute Option, da ich da zu wenig Erfolge erzielen könnte und nun stand ich zwischen Divimove und Endemol Bei Divimove kann ich immer noch als Teil von Apple One mitarbeiten und demnach hat mir das Endemol-Netzwerk die besten Vorteile geboten So, was bedeutet das im Endeffekt für euch? Das bedeutet, dass ich einfach viel, viel mehr mit Queen zusammenarbeiten werde Nein, im Endeffekt heißt das jetzt, ihr werdet mich nicht mehr hier in meinem Zimmer sehen sondern ich werde jetzt meine Videos so gut wie immer im Studio aufnehmen So, aber ich wollte noch auf etwas anderes hinaus Nämlich wollte ich mich bei euch als Community bedanken, dafür, dass ihr mich ständig immer wieder motiviert Und ich glaube, dafür möchte ich euch ein bisschen etwas zurückgeben Vor eineinhalb Jahren habe ich auf meinem Kanal ein Video hochgeladen, wo es um das Thema Mobbing ging Und dass ich euch dabei gerne unterstützen würde Für die, die es nicht kennen, die könnt ihr euch das gerne hier mal anschauen Aber worauf ich hinaus finde, ich möchte gerne mit dieser Aktion weitermachen So, ich gebe zu, damals war ich mit dieser Situation ein bisschen überfordert Da ich unendlich viele Nachrichten auf Facebook, auf Twitter und auf YouTube bekommen habe Und auf meinem E-Mail-Konto auch noch Und deshalb würde ich gerne bitte diese ganzen Mails alle auf mein Facebook verschieben Also, dass ihr mir nur noch da schreibt, wenn was ist Facebook juckt heutzutage sowieso keinen Arsch mehr Und ich bekomme auf meiner Like-Page sowieso kaum Nachrichten Und so habe ich sie wenigstens alle strukturiert und kann sie nacheinander durcharbeiten Und ich habe mir jetzt vorgenommen, jeden Tag mindestens eine Nachricht zu beantworten Wie auch beim letzten Mal, als ich diese Aktion gemacht habe Bleibt das Ganze natürlich anonym Und ich würde mir die besten Mühen geben, um euch zu helfen Meine Facebook-Page, wo ihr mich dann erreichen könnt, blende ich jetzt nochmal hier ein Die ist natürlich auch ganz oben in der Videobeschreibung Und ich würde sagen, ja, kämpfen wir uns gemeinsam mit der Zukunft, ne? Hier neben mir könnt ihr gerne meine letzten beiden Videos schauen Unten könnt ihr mich abonnieren Und ansonsten sage ich, ja, wir sehen uns am Master-Montag, ne? Und dann, ja, wir sehen uns am Master-Montag, ne? Und dann, ja, wir sehen uns am Master-Montag, ne? Und dann, ja, wir sehen uns am Master-Montag, ne? Und dann, ja, wir sehen uns am Master-Montag, ne? Und dann, ja, wir sehen uns am Master-Montag, ne? Und dann, ja, wir sehen uns am Master-Montag, ne?